Österreich und hier. Ja, extra. Aber halt. Ja, mir taugt das Ding halt ganz gut. Deshalb fahre ich da extra her die Stunde. Das geht ganz gut. Dann werde ich ja ganz rot. Ja, das geht ganz gut. Ja, wir sind total zufrieden, jetzt freuen wir uns, dass es losgeht. Hier haben wir schon den richtigen Hintergrund dazu. Die Jungs sind motiviert, wir freuen uns, wir sind motiviert und hoffen jetzt nur noch, dass es schönes Wetter wird, dass wir vom 27. bis 30. Juni dann die besten X-Games ever hier bei uns im Olympiapark in München durchführen können. Gibt es überhaupt noch Karten? Ja, selbstverständlich. Wir sind eine große Veranstaltungsstätte. Also wir haben jetzt einzeln zwei von zwölf Bewerben, die ausverkauft sind, was erfreulich ist. Das sind? Skateboard Street und BMX Park. Zwölf Bewerbe gibt es und davon haben wir noch zehn. Genau. Wir haben große, das sind jetzt auch die Bewerbe, die in den etwas kleineren Veranstaltungsstätten sind, im Eisstadion, aber mit Freestyle-Motocross im Olympiastadion und in der Olympiahalle haben wir noch ausreichend Kapazität und sind vorbereitet. Das war die Bewerbe. Das war die Bewerbe. Von der Bewerbe ist in der skies были hervor Die Bewerbe ist in der принципе. Ja, след bar. Vielen Dank.